Marienandacht, am Mittwoch, dann 6. Mai, 13, 19 Uhr, hier beim armen Sünderkreuz, hier beim armen Sünderkreuz, ja, hier beim armen Sünderkreuz. Und ich sage, an der Ingerink, das ist dort, wo diese Brücke ist, die Ingerink, das hat immer mit Schlauchboot, selbst aufgebleistet, runtergefallen, vom Militär, einem Reifen oder vom Eisenherz, von der großen Lastkraftwagen, ein Schlauch, aufgebleistet, gepickt, selber mit Radfahrtpick, und dann haben wir, also, das so gemacht. Die Maria Rita, südamerikanische Eroberungen mit Querflöte, oder für Querflöte, oder für Piano, hat sie gemacht. they are, 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 they Das ist Maria Rita, das ist Erich Fromm, und das ist Maria Rita. Versuchen wir mal zu spielen. Untertitelung des ZDF, 2020 Und ich sage, für die armen Sünder, eine Fürbitte, und sage, auch wenn ich arme Sünder bin, dass auch jemand eine Fürbitte spricht. Maria Rita und die Maria Nacht, der Mutter Gottes, der Mutter des Herrn Jesus, des Sohnes, der Väterlichkeit, die Allmächtige Gottheit, die Meldet. Und heute schaut es sehr schön aus. Schau, die Kastanienblüten in voller Fülle. Wie Kerzenkelche, wie Kandelava, Schmuck. Warte unser im Himmel geheiligt, warte Name, dein Reich komme. Dein Wille geschah im Himmel scharf und auf Ehren. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergeb uns unsere Schuld. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Aufpassen! Gell? Führ uns nicht in Versuchung, sondern erlösend von dem Bösen. Gell? Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen! 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 See Runben! Amen! istas Meldungen 2019 Mal Dann ist es reich und die Kraft und die Ehrlichkeit in Ewigkeit. Dann ist es reich und die Kraft und die Ehrlichkeit in Ewigkeit. Und das ist auch der Dorf, der auf dem Anschlag steht. Das kann ich Ihnen noch zeigen. Und Stopp! So steht es aus. Da sind wir runtergefahren mit Stauchbott. Windwasser. Und so schaut das aus. Stopp! Au! Das Herz für stiefmütterliche Kinder. Und hier Latenta. Das Feld. Detente. Und hier wieder zurück. Das Feld. Das Feld. Das Feld. Das Feld. Das Feld. Das Feld. Und ein Fischler. Franz Fischlers Präsident. Die Rolle.